Was betest du denn an? Das Ding ist so, kommen wir da so vorbei, einfach ohne wenn und aber Oh Shit Oh Shit, okay, okay, hat uns nicht gesehen Ist hier was drin? Nein Es ist hier nichts drin Wir müssen hier rüber Wir wollen oder nicht Vielmehr weiß, dass heute das Glas zerbrechen, ihr hört die Schreie eurer Nachfrage Da kommen wir her Das ist hohes Gras Okay Wird mal gerne wissen, wo die eine Oma jetzt abgeblieben ist. Was haben wir hier? Ah, okay. Also da können wir jetzt einmal hin. Die ist weg. Schön mit euren blöden Verbandskästen. Ich brauche Batterien, keine Verbandskästen. Ja gut. Nimm mal dich mal. Und. Bin ich so der Leser hier. Merkt es ja selber auch. Ja. Irgendwann mal. Ein kleiner Check. Der Zaun ist überall okay. Sonst hätten wir da durchkriechen können. Ja. Der scheint überall so okay zu sein. Lauf. Lauf. Das schafft mir, das schafft mir, das schafft mir. Kein Problem. Alles noch im grünen Bereich. Ich frage mich nur, wo wir jetzt hin müssen. Kommt der da jetzt durch? Nee, er guckt nur. Sonst irgendjemand hier am Start? Nein. Gut. Das ist noch ein Licht, oder? also. Aha. Ah. Ah. Da läuft einer. Also gut, da ist nichts Da läuft er Da ist hier noch einer Boah, wie gemein dadurch Dass die aber immer laufen Weiß ich leider nicht immer Wo die jetzt genau stehen Okay Ich denke, bis jetzt sieht das ja gar nicht mehr so schlecht aus So, gut Okay Nun sind wir hier Der Kamerasichter Rein gar nichts Nein Mich geirrt Ich dachte, der läuft noch hier an Was haben wir da? Gibt es da auch was besonderes? Ne, ne Leiche Aber sonst weiter nichts Hinter uns auch nichts Nein Okay Wo müssen wir hin? Da läuft es da vorne rum Okay 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 Ah, ja Oh, shit Ah Okay Oh, Batterie Was geht hier? Gut, man kann ja mal gucken Ein riesen Haus Mitnehmen Ich denke nicht, dass man da so einfach darüber kommt So, jetzt laden wir einfach mal darüber Bis jetzt was bringt Weiß ich leider nicht Weiß ich leider nicht Da drin ist doch einer Ja genau Da kommt doch gerade einer aus Huh Oh, also Oh, die Böe Das ist Was ist Ja, das ist Oh, die Was ist Oh, die Das ist Ältivell Es Bräselock Scheint wohl der Ausgang zu sein, weil da 5000 Leute jetzt hier rumschlawinern. Was ist das Problem, was ich habe? Ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme. Einfach nur die Treppe oben gut ist, oder? Da geht es mal ein bisschen hoch, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt. Ich weiß nicht, laufen wir nochmal hier in die Mitte. Ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme. Ich glaube, hier an so einen Boden sind wir gelaufen. Ich weiß nicht, wie ich dich in die Hände bin. Ich werde dich nicht verletzt, warum ich die Hände bin. Bist du dir das? Das war's. Denk daran, dass du mit deinem Mikrofon durch Wände hören und Geräusche verfolgen kannst. Nutzte das Mikrofon. Ich kann ja nachher lokalisieren, wo die da rumhängen und sowas. Oh, ist das hier so? Aha, aha, aha. Ich krieg einen zu viel. Kann es sein, dass die mich auch ein bisschen verfolgen? Ah, da lass die jetzt jedes Mal mir hinterherlaufen oder so. Das Maisfeld. Gehe zur Kapelle. Schön. Ist das eine Kapelle? Komm, das sieht aus wie eine Kapelle. Ich verpennen jedes Mal, dass ich das würde. Ah. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Jetzt habe ich also sozusagen einen ganzen Bogen bin ich gelaufen. Da komme ich wohl nicht weiter, weil der Typ davor steht. Würde mir, glaube ich, eh nichts bringen, wenn dieses Ding doch auch zu ist. Also muss ich schauen, dass hier irgendwo ein dämliches Loch ist oder sowas, wo ich durchkomme. Da komme ich auch nicht durch. Hier auch nicht. Nö. Ich habe das Gefühl, wir müssten einfach so hochrennen oder sowas. 1, 2, 3. Rein zufällig sind hier drei Leute, die hier rumrennen. Nein, zufällig. Das ewige Maisfeld. Ja. Verpisst euch mal. Die KI des Grauens. Die KI des Grauens. Sieht er mich? Mag der mich? Hallo? Geh weg! Okidoki. Was geht hier noch? Na, dann kann man sich verstecken. Sorry, Entschuldigung, wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich sehe, kann ich sehe, kann ich sehe. Hier kommen wir auch nicht rein. Oh! Da hat sich aber jemand hängen lassen, ne? Gut. Hier wird so kaputt. Gehen wir nur mal kurz hier... Entschuldigung. Einmal kurz mal hier hinten hin. Ach, ist das krass. Weg durch die? Die? Die Chappell. Jemand dort weiß, wo sie ihn genommen haben. Shit, ich habe es nicht gelesen. Da kommt noch nicht hoch. Hä? Scheiße. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, jetzt steht der doch noch auf. Das wäre ein Bug oder so. Kann ich jetzt auch wieder zu machen? Nö. Oh man, oh man. Oh man, oh man. Geh raus. Geh raus. Mann. Ich war unter so einem blöden Holzteil und könnte nicht raus. Oh man. Oh man. Lauf! Okay, da ist zu. Gut zu wissen. Die Tür ist zu. Ich habe gedacht, er sieht mich nicht, wenn ich da drunter bin. Hallo? Habe ich Neonstiefel an? So, versteck dich mal. Mann. Kann ja nicht wahr sein. Das war sehr gut. Gut, gut, gut. Beut Talent Oh, be careful little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see There's a father up above And he's looking down in gloves Oh, be careful, little eyes, what you see Oh, be careful, little hands, what you do Oh, be careful, little hands, what you do There's a father up above And he's looking down in gloves So, be careful, little hands, what you do Oh, be careful, little mouth, what you see Oh, be careful, little mouth, what you say There's a father up above And he's looking down in gloves So, be careful, little mouth, what you say Hey, the outsider! Oh, be careful, little eyes Oh, be careful, littleyll prayer Oh, be careful, little술